Hallo und herzlich Willkommen zu unsere Buchtipps. Heute möchte ich euch das neue Buch von Claire Massoud vorstellen, das brennende Mädchen. Julia bewundert Cassie für ihre Unverfrorenheit. Cassie, die alleine mit ihrer Mutter lebt und den Vater nie kennengelernt hat, wünscht sich eine normale Familie, wie die von Julia. Seit Kindergartentagen sind die beiden unzertrennlich, bis zu diesem einen Sommer, nachdem ihre Freundschaft auseinanderbricht. Was war der Auslöser? Julia ist es, die ihre gemeinsame Geschichte erzählt. Sie beginnt damit erst, als Cassie und ihre Mutter schon seit zwei Jahren nicht mehr in Royston leben. Behutsam tastet Julia ihre Erinnerungen ab, weil der Verlust der Freundschaft immer noch viel zu sehr schmerzt. Dieses vorsichtig tastende Erzählen entwickelt einen unwiderstehlichen Sog, große Literatur. Claire Massoud ist eine meisterhafte Geschichtenerzählerin, meint die LA Times.